Achtung, unbequeme Wahrheit, die eine Sache, die fast alle Kryptoinvestoren falsch machen, ist die Gewinnmitnahme. Warum über 90% der Leute daran scheitern und wie du anhand einer einfachen Maßnahme dafür sorgen kannst, dass du nicht in diese Range fällst, das zeige ich dir in diesem Video. Aber lasst uns erstmal darüber reden, wie es überhaupt dazu kommt. Wieso fällt es uns so schwer, Gewinne mitzunehmen? Ich kenne das selbst von mir aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mir damals auch keine Gedanken darüber gemacht, an welcher Stelle ich welche Gewinne mitnehmen würde. Mich hat nur sehr viel interessiert. Das heißt, bei mir ging es los mit dem Thema Trading, dann kamen hier und da noch Coins dazu, dann will man die irgendwie fundamental analysieren und schon ist man direkt im Bullrun drin. Es ist also an dieser Stelle vollkommen verständlich, wenn auch du bisher keine Strategie dabei hattest und auch du zu diesen Leuten gehörst, die einfach bisher noch nicht wirklich Gewinne mitgenommen haben aus dem Kryptowährungsmarkt. Lass uns doch mal darüber reden, wie die eigentliche Ausgangssituation ist bei den meisten Leuten, die schon länger im Kryptowährungsmarkt investiert sind und noch nicht gelernt haben, wie man wirklich Gewinne mitnimmt. Die meisten sind bereits investiert, haben schon ein relativ großes Portfolio und sind schon diversifiziert in den einen oder anderen Coin. Dein Portfolio steht vielleicht an dieser Stelle und du sagst dir, okay wunderbar, alles klar, jetzt kann der Markt machen, was er will. Ich bleibe erstmal an der Seitenlinie und werde mir das Ganze ganz relaxed erstmal angucken. Und ehe du dich versiehst, bist du mitten in einem Bullenmarkt, die ein oder andere Portfolio-Position bei dir macht eine Verzweifachung, Verdoppelung, eine Verdreifachung, eine Vervierfachung, eine Fünffachung oder vielleicht in den seltenen Fällen auch eine Verhundertfachung. Und du bist in der problematischen Situation, dass du überhaupt gar nicht weißt, was du jetzt als allererstes machen sollst. Denn spätestens an diesem Zeitpunkt kommen nämlich deine Emotionen mit ins Spiel, wenn du dir vorher keine Strategie überlegt hast. Das heißt, du bist in der komfortablen Lage, vielleicht dein Portfolio verzehnfacht zu haben mit dem Problem, dass du noch immer noch nicht weißt, was du genau tun sollst. Und jetzt kommt die Gier dazu. Gier ist per Definition keine so schlechte Emotion. Dennoch willst du wissen, wie du genau eben sowas steuern kannst. Okay, das heißt Gier, kontrollierte Gier ist auf jeden Fall eine richtig gute Eigenschaft. Unkontrollierte Gier führt meistens eher dazu, dass du Gewinne hast, Buchgewinne hast, diese niemals realisierst, entsprechend nur auf deinem Handy siehst. Und im Worst-Case-Szenario, also im schlimmsten Falle einfach dein Investment wieder zurückgeht auf deinen Einstiegspreis oder sogar noch schlimmer, noch tiefer fällt als dein eigentlicher damaliger Einstiegspreis. Und dann bist du in dieser Situation, dass du dann sagst, Mist, hätte ich doch mal, hätte ich damals doch ein bisschen Gewinne mitgenommen, hätte ich damals alles rausgeschüttet, hätte ich am High verkauft. Das Problem ist, wenn wir in dieser Phase sind, also in dieser Emotions-Bubble sind, wenn wir an so einem Hoch sind und wenn sich unser Portfolio verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht hat, dann ist es einfach vollkommen normal, dass wir irgendwann einen Bezug zur Realität, also zu den Zahlen, zu den tatsächlichen Zahlen verlieren. Und das ist das Phänomen Handy, denn auf deinem Handy siehst du letztendlich nur die Zahlen. Du verlierst die Realität, was das Ganze tatsächlich im Real Life für dich bedeuten könnte. Denn letztlich willst du natürlich immer mehr und mehr und mehr und versuchst, diesen absoluten Home-Run-Trade, dieses Home-Run-Investment einfach zu fahren. Die negative Konsequenz, wenn wir keine Strategie vorher anwenden und nicht vorher sagen, an welchen Punkten wir vielleicht Gewinne mitnehmen müssen, kommt irgendwann zwangsläufig der Punkt, an dem der Markt dreht. Und jetzt kommt das Anker-Problem dazu. Das Anker-Problem ist eben, dass wir wissen schon, wo ein Coin vorher gelandet ist. Das bedeutet, wir kennen das letzte High, das All-Time-High unseres Investments. Und jetzt fängt das Ganze an, langsam so ein bisschen zu bröckeln. Wir verlieren so 10, 20 Prozent vielleicht über ein paar Tage, über ein paar Wochen. Und wir ankern uns an diesem All-Time-High. Und wir sagen, wenn der Preis das nächste Mal wieder an dieses All-Time-High geht, dann würden wir dann auf jeden Fall Gewinne mitnehmen. Dann würden wir auf alle Fälle ein bisschen auscashen. Und nun passiert folgendes, du wartest darauf, dass der Preis wieder in diese Richtung kommt. Oft passiert das gar nicht, nie wieder oder es vergehen mehrere Jahre, mehrere Zyklen, bis wir wieder in diese Range kommen. Am Ende hättest du zum Beispiel ein paar Buchgewinne wirklich realisieren können, stehst aber genau da, wie du am Anfang gestanden hast. Und dieses Gefühl, das begleitet dich eigentlich relativ lange, weil du einfach weißt, okay, hätte ich an dieser Stelle das und jenes gemacht, wäre das und das rausgekommen. So, und jetzt kannst du noch und nöcher über dich schimpfen und sagen, Mensch, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Mensch, beim nächsten Mal mache ich es anders. Oder aber du machst wirklich was Produktives und setzt dich hin und sagst, okay, was hätte ich denn tun können für das nächste Mal? Oder was kann ich jetzt tun fürs nächste Mal, damit mir das eben nicht passiert? Es ist vollkommen okay, wenn wir den ersten Bullrun zum allerersten Mal dafür nutzen, um einfach diese Emotionen mal durchzuspielen. Aber spätestens beim zweiten Mal solltest du so smart sein, dass du dir vorher Strategien überlegt hast, an welchen Punkten du Gewinne mitnimmst und an welchen Punkten es dann wieder auch Zeit ist, vielleicht zu reinvestieren. Kommen wir jetzt mal dazu, wie du das Ganze umsetzen kannst. Das heißt, kommen wir mal in den praktisch anwendbaren Bereich. Ich habe es schon ungefähr fünf Mal gesagt, du brauchst eine klare Exit-Strategie. Das bedeutet, sobald du ein Investment getätigt hast, setzt du für dich ein klares Ziel. Anhand dieses Ziels würdest du einen bestimmten Prozentsatz deines Investments wieder auslösen, also wieder verkaufen. Das führt dazu, dass du Emotionen rausnimmst. Und du hast eine gute Orientierung, weil du genau weißt, an welchen Punkten du was zu tun hast. Denn letztlich, wenn der Kurs dann in diese Richtung kommt, musst du nur eine Sache tun, und zwar einfach executen. Also wirklich genau das tun, was dein vorheriges Ich vor vier, acht, neun Wochen, Monaten oder sowas zu dir gesagt hat. Und zwar an diesem Punkt nehme ich 10 oder 20 Prozent meines Kapitals wieder raus. Gewinnmitnahmen sorgen nämlich auch dafür, dass wir in schlechteren Marktphasen wieder reinvestieren können. Das bedeutet, wir haben wieder Kapital, mit dem wir arbeiten können und sind nicht nur darauf angewiesen, dass wir immer wieder nachschießen auf unser Konto. Du wirst sehen, wenn du das allein, nur das bei dir änderst, wirst du schon deutlich bessere Erfolge erzielen. Wie so eine Exit-Strategie aussieht, das kann man auf jeden Fall im Detail klären. Eine Variante davon wäre zum Beispiel, dass du dir drei oder vier Verkaufsziele überlegst. Als Orientierung dient hier zum Beispiel die Marktkapitalisierung eines Konkurrenten aus dem selben Bereich, letzte Kursziele, also auch All-Time-Highs natürlich oder halt die letzten Widerstände und zum Beispiel auch Wachstumsprognosen für einen gesamten Sektor, in den du investieren möchtest. Ein Teil der Position sollte eigentlich immer auf unbestimmte Zeit weiterlaufen. Bedeutet, wenn du im Plus verkaufst, gibt es die goldene Regel, verkaufe niemals alles. Denn letztendlich sind alle Kanäle voll von Leuten, die immer sagen, ich habe zu früh verkauft oder ich habe zu spät gekauft. Denn nur so profitierst du auch von weiteren Marktzyklen. Wenn du jetzt an dieser Stelle bereits investiert hast und bereits investiert bist, ist es allerhöchste Eisenbahn, dir darüber Gedanken zu machen, an welcher Stelle du welche Profite einloggen möchtest, um dir wieder Kapital zu schaffen für den nächsten Bärenmarkt. Je länger du zögerst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eben genau diese Punkte wieder falsch machst, wieder in diesen Gierzyklus verfällst und letztendlich wieder nur auf deine Buchgewinne starrst, nichts einloggst und später dann wieder das Kapital fehlt, um neue Investitionen zu tätigen. Verpasste Buchgewinne sind meistens noch schlimmer als wirkliche Verluste. Sei dir dessen mal bewusst. Es gibt fast nichts Schlimmeres wie, Mist, damals hatte ich das und das und hätte ich das und jenes gemacht, dann kannst du dich nur über dich ärgern. Du verlierst auf jeden Fall. Wenn du mehr über mögliche Gewinnmitnahmen und Gewinnmitnahmestrategien hören möchtest, dann abonnier auf jeden Fall diesen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ich mehr Content in diese Richtung bringen muss. Bis zum nächsten Mal.